Jo, meine Freunde, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Wir gucken uns, richtig und wichtigerweise, das neue Video von Pen & Paper an. Den haben wir schon mal gesehen, haben uns damals entschieden, die Reaction nicht hochzuladen. Es ging auch um Shuyoka, Dave und Ascaron. Da war mir aber ein bisschen zu viel private Informationen von Dave und Ascaron dabei, weshalb wir es nicht hochgeladen haben. Meine Community hat mir aber gesagt, das Video von vor neun Stunden ist deutlich besser. Also, Godwin Law, seine Mutter, ein kleiner Rant zu Shuyoka. 31 Minuten und er redet von einem kleinen Rant. Ich glaube, wenn man Shuyoka komplett ranten würde, wäre man auch 30 Jahre beschäftigt. Also, Abfahrt. Erinnert mich ein bisschen daran, dass der Anwalt von KuhnTV, aber auch von Tobias Hoch, von Skoros, auch in uns... Oh nein, man kann doch jetzt keinen Hund einblenden, während man zeitgleich Shuyoka einblendet. Ah, das ist doch wieder entmenschlichend. ... in unseren Prozessen versucht hat, die ganze Zeit zu argumentieren, dass meine Unterlagen... Ich kann euch das bestätigen. Ich habe ja auch einen Hund und als ich heute in den Livestream von Shuyoka reingeschaltet habe, wird er genau so geguckt haben. Wirklich. Ohne Scheiß. ...Kassungserklärungen gegen... Moin. Moin. Die Tage kommt auf jeden Fall noch ein sehr strukturiertes Video zur Shuyoka-Thematik und auch was die Sache mit Ascaron angeht, werden wir in kommender Zeit nochmal genauer anschauen, aber dazu in Kürze mehr. Heute gibt es einfach nur einen kurzen, knackigen Rant. Ich... Lol, kurz und knackig, einfach 31 Minuten. Ich glaube, ich habe kein einziges Video auf meinem Erstkanal, was 30 Minuten geht. Aber kurz und knackig, dann wollen wir mal. Ich sitze hier gerade vor meinem Handy und habe es nebenbei mir tatsächlich angetan, 3 Stunden 30 von diesem unglaublich schrecklichen Livestream von Shuyoka anzugucken. Wenn ich noch einmal das Wort literally... Boah, böse. Es geht schon wieder los. ...hören muss. So wie sie es ausspricht, ich glaube, dann springe ich lachend in eine Kreissäge. Ich habe wirklich... Also es ist heute wirklich nur ein Rant. Es hat hier keine Faktenbeweise, es hat keine Belege und nichts. Aber ich muss mich hier einfach mal ganz öffentlich kurz... Naja, keine Fakten und keine Belege, das ist... Er passt sich zumindest einer Shuyoka schon mal an, oder? Dann haben wir auf jeden Fall eine Ebene, wo wir uns unterhalten können, weil mit Beweisen und Belegen hat es einen Shuyoka halt nun mal auch nicht. Von daher ist es auf jeden Fall fair play. Finde ich schon mal gut. ...drüber äußern, was eigentlich mit dieser Frau los ist. Also wirklich, ich habe noch nie jemanden, wirklich noch nie jemanden, der von sich behauptet, politisch gebildet zu sein, so eine dumme, faktenlose und konsistenzlose Scheiße ins Netz plären gehört. Wirklich noch nie jemanden. Wirklich nie, nie, nie. Außer vielleicht irgendwelche absoluten Vollidioten-Schwurbler auf TikTok, die... Oh Gott, es geht ja jetzt schon los, ne? Es geht ja jetzt schon... Geht das genauso weiter, Freunde? Dann wird's heftig. Ii, 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 er redet einfach drauf los, ne? Ui, okay, okay, okay. ...würde ich genau die dumme Scheiße reden hören, aber bei denen würde es mich halt nicht wundern. Pia, ich verstehe's nicht. Mir ist es wirklich ein Rätsel, wie du selbst dich als linksradikal dauernd bezeichnen kannst, wie du dich selbst dauernd als intersektionale Feministin framen möchtest, wie du dich als was auch immer, was du da ausgeben möchtest, was du da... Ja, Quellen... Freunde, ich kann gerne das Video noch als Quelle eingeben, aber als Dauerquelle ist natürlich auch Shuyoka angegeben, ne? Das wissen wir ja, falls Shuyoka in irgendeiner Art und Weise vorkommen würde, haben wir hier auf jeden Fall die Quellen. Ich zieh aber gerne nochmal den Link mit rein. So, vielen Dank für den Hinweis. Ab, was du auch immer sein möchtest, wie du das im Gleichen... Aber naja, ich glaub ernsthaft nicht, dass die noch irgendwen nochmal bannen lassen. Das hat bei Alpha Kevin halt überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise das ist genau ins Gegenteil umgeschlagen. Dann haben sie es bei einer leeren Frau nochmal versucht. Auch da ist es komplett ins Gegenteil umgeschlagen. Ich... Es müsste schon... Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, wenn sie es nochmal machen, wäre das dumm. Aber, äh, ja, dann machen sie es dann wahrscheinlich trotzdem nochmal. Weil die lernen ja nicht, ne? Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass sie nochmal jemanden wegbannen lassen würden. Streamen über die Lippen bringst, wie die ganze andere dumme, faktenlose Scheiße, die du da ins Netz plärst. Also, es ist ja wirklich... Ey, also, ich hab zehn Jahre Rainer-Content mir zu Gemüte geführt. Und Rainer hat wirklich viele, viele, viele dumme Dinge in seinem Leben gesagt. Auch viele dumme politische Dinge in seinem Leben. Aber eins muss ich ihm lassen. Bei keiner seiner unglaublich dümmlichen Aussagen hat er mich so wütend, mit Abstand so wütend gemacht, wie du es tust, Pia. Und es liegt nicht daran, weil Rainer so viel weniger schlimm ist, wie du gesagt hast, sondern weil Rainer einfach ungebildet und dumm ist. Du behauptest aber von dir, dass du extrem... Also, zehn Jahre sich Drachenlord-Content reinziehen, äh, das ist auch nicht gesund, ne? Das ist auch nicht gesund. ...eben gebildet bist und extrem dich politisch fortgebildet hast, die Literatur. Und dann zeigst du dir hier noch ein Buch über Cybermobbing in die Kamera und was weiß ich für ein Scheiß. Aber alles, was du zu realen politischen Vorgängen sagst, ist entweder evident falsch oder total verkürzt oder sogar einfach verdreht. Ich möchte jetzt hier mal kurz ein paar Beispiele aus dem heutigen Twitch-Stream nennen. Oh nein, von dem heutigen. Also, wann war das Video von vor neun Stunden? Also, hat er es vor... Ja, von heute kann es nicht gewesen sein, glaube ich. Dann von gestern? Keine Ahnung. Ich kenne jetzt die Streaming-Tage einer Shuyoka Gott sei Dank auch nicht auswendig. Mein größtes Highlight war übrigens, dass ja die Nacht der langen Messer, der angebliche Römputsch und das, was man mit Ernst Röhm im Nachhinein gemacht hat, ja, daran liegt, dass Ernst Röhm homosexuell war. Nein, Pia. Ernst Röhm wurde von Adolf Hitler und der Waffen-SS um die Ecke gebracht, so wie auch viele seiner Offiziere, weil Hitler am Ende Angst hatte, politisch von Röhm überholt zu werden. Dass der dann auch noch homosexuell war, war einfach nur praktisch. Das hat kein Nazi davor interessiert. Das hat auch danach Nazis nicht interessiert, wenn andere Nazis homosexuell waren. Lies doch mal bitte was über Kühnen. Da solltest du dich vielleicht mal mit auseinandersetzen, dann würdest du nicht mehr zu dieser dummen und unglaublich gefährlichen Aussage kommen, dass Nazis per se etwas gegen Homosexuelle haben. Ja, es ist halt also nicht nur auf die Thematik bezogen, sondern grundsätzlich auch auf ihre Aussagen, auch auf ihre Streams. Sie bedient sich immer unfassbar wichtiger Themen und versucht sie einzuordnen, aber das macht sie mit unfassbar viel Halbwissen. Und wo ich mir immer wünsche, mein Gott, Pia, dann red doch über andere Dinge, red doch über schönere Dinge, red doch über Dinge, die belangloser sind, wenn du keine Ahnung von der eigentlichen Materie hast. Und das sorgt dann letztendlich halt dafür, dass Menschen, die betroffen sind, wie zum Beispiel das Video, das wir gerade geguckt haben von Miss Nice Forward, dann irgendwie retraumatisiert werden oder sie müssen dann Dinge einschätzen, weil eine Shuyoka wirklich, das habe ich mich ja gerade auch gefragt, einfach dumme Aussagen tätigt und man nicht so wirklich weiß, woran liegt es. Möchte sie bewusst was falsch framen, um sich wieder als Opfer darzustellen? In gewisser Weise ja auch, aber oftmals ist sie auch irgendwie ein bisschen dumm oder dümmlich. Und alles, was du damit tust, ist zu behaupten, dass Nazis ja ein generelles Problem mit jeder Form von anderem Leben haben und damit nimmst du ihnen die Gefährlichkeit, sich genau an solche Menschen anzuschmiegen, genau solche Menschen auch in ihre Hemisphäre zu inkludieren. Das ist nämlich die wahre Gefahr von Faschismus, Pia. Nicht die Gefahr, dass die irgendwelche Dinge sagen oder machen, die du erstmal uncool findest, die wir vielleicht alle aus berechtigten Gründen uncool finden, sondern die wahre Gefahr von faschistoiden Personen ist, dass ihnen es durch ihre Ideologie prinzipiell erstmal möglich ist, sich an alles irgendwie anzuschmiegen und sich alles irgendwie einzuverleiben. Und Shuyoka behauptet ja, das hat ja gerade der Creator Pen & Paper gesagt. Ich weiß, weiß jemand, wer hinter Pen & Paper steckt? Wahrscheinlich nicht, oder? Er hat ja auch gerade gesagt, dass Shuyoka da oft einfach ungebildet wirkt, beziehungsweise sich dann nicht auf Fakten beruft, sondern einfach, dass es ihr Bauchgefühl ist immer. Geschichte des Dritten Reiches aus... Onkels, erstmal im Stream, Grüße gehen raus und Slayer the Unkind, vielen lieben Dank, dass du auch dabei bist. Holy Beste, safe. ...auseinandersetzt, dann wirst du merken, Pia, dass ganz viele Dinge, die die Nazis im Dritten Reich gesagt, getan oder künstlerisch dargestellt haben, nicht Erfindungen von ihnen waren, sondern dass das alles Adaptionen von Dingen waren, die schon länger vorhanden waren. Man hat diese einfach genutzt, weil sie in den Kram gepasst haben. Das hat nichts damit zu tun, was du in diesem Stream erzählst. Das ist kein Beweis, dass heute Queerfeindlichkeit und Transfeindlichkeit herrscht, ist kein Beweis für das Wiedererstarken des Faschismus. Ohne sagen zu wollen, dass der Faschismus nicht auf eine gewisse Art und Weise wiedererstarkt. Aber die Ablehnung von queeren Menschen ist kein Gleichsymbol für Faschismus. Ja, und ich würde mir wirklich wünschen, was einen Mehrwert hätte, wenn Shuyoka mal auf diese Kritik eingeht oder sich mal selbst irgendwann eingesteht, ey, komm, vielleicht nehme ich mir da immer Themen zu Herzen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Und dann kann ja Shuyoka was dran ändern, ja. Wenn man da nicht gut gebildet ist, dann recherchiere halt, bevor du einen Stream machst. Und das ist halt genau die gleiche Frau, die immer von Reichweitenverantwortung spricht. Sie setzt sich unvorbereitet in den Livestream und verbreitet einfach nur Hass und Hetze. Viel wichtiger wäre es doch, wenn sie wenigstens mal ein paar Fakten anfügen würde, mal ein paar Statistiken dabei hätte, einfach mal ein bisschen bei der Wahrheit bleiben würde. Das wäre ja, ja, ich habe Träume und Vorstellungen, aber das wäre ja, das ist ja dann auch wirklich mal eine Reichweitenverantwortung. Wenn man schon sich sensibler Themen bedient, dann bitte, dann mach es doch richtig. Ja, oder klar, jeder kann mal falsch liegen, ich möchte da überhaupt nichts gegen sagen, aber wenn man sich so einen Shuyoka-Stream anschaut, ne, jetzt mal völlig neutral, da ist ja so viel Scheiße bei, was man währenddessen, man das hört, schon eigentlich debanken könnte. Ablehnung von queeren Menschen ist viel tiefliegender, viel problematischer in der Gesellschaft verankert, als einfach nur, ja, das ist halt ein Overtone-Fenster, das die Faschisten dorthin verschoben haben. Nein, Pia, es ist kein Overtone-Fenster, Buzzword-Gewitter, hier noch irgendwelche erfundenen Wörter von Pia einfügen, sondern wir haben in der Gesellschaft ein tiefliegendes Problem mit queeren Menschen. Viele Menschen innerhalb der westlichen, wie aber auch anderer Gesellschaften, haben ein tiefliegendes Problem mit queeren Menschen. Das hat ganz viele Gründe, das kann kulturelle Gründe haben, das kann historische Gründe haben, das kann politische Gründe haben tatsächlich, die aber auch nicht immer von Faschismus geprägt sind, nur weil ich queeres Leben ablehne als Individuum, bin ich erstmal kein Faschist, dann bin ich halt... Ja, genau, guck mal, oder sie soll halt was Gutes bewirken, wie zuletzt Freiraum Reh mit der Seenotrettung, genau. Freiraum Reh spricht auch regelmäßig unfassbar wichtige Themen an, aber fundiert und sie bewegt auch wirklich was, ja. Während sie da irgendwie Geld sammelt für Seenotrettungen, sammelt Schioka Geld für irgendwelche Gerichtsprozesse, wo sie irgendwelche Influencer verklagt, weil sie in ihrer eigenen Welt denkt, dass da Dinge falsch laufen. So unterschiedlich kann man auch mit Geld umgehen und so verschiedene Dinge kann man mit Geld auch anfangen. Schioka schmeißt ihrem Anwalt in den Rachen und, ja, Freiraum Reh, die macht halt was Gutes damit, ne? Queerfeindlich, das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie scheiße, aber das ist nicht gleich Faschismus. Also alles, was du die ganze Zeit machst, Pia, ist die Gleichstellung von Dingen auf... Das ist ja Faschismus. Die AfD, das sind alles Faschisten. Die FPÖ, das sind alles Faschisten. Donald Trump ist Faschist. Die Republikaner in den USA sind Faschisten. Nein, Pia, nein. Ich möchte nicht anzweifeln, dass es innerhalb der AfD, der FPÖ und wahrscheinlich auch bei den Republikanern Menschen gibt, die mit Faschistoiden-Systemen Relieb äugeln. Vielleicht sogar Menschen gibt, die sich selber als Faschisten bezeichnen. Aber zu sagen, jeder Republikaner, jeder Konservative, jeder, der irgendwie rechtsgerichtet ist, ist ein Faschist. Also ist grundsätzlich alle über einen Kamm scheren, das ist halt eh immer falsch. Politisch will ich mich da gar nicht so positionieren. Ich finde die genannten Parteien zum Beispiel auch nicht besonders toll, muss ich sagen. Aber alle über einen Kamm scheren ist einfach auch keine gute Idee. Hättest du auch einen Holy Code für dich zur Unterstützung? Ja, hör mal, wenn du das schon so erwähnst. Du kannst natürlich sehr gerne bei Holy mit meinem Code Kevin5 oder KevinITS bestellen. Ich liebe übrigens, wenn Menschen diese Frage stellen, weil dann kann ich ganz sneaky-peaky ein kleines Placement einbauen. Ihr wisst Bescheid, Holy ist inzwischen mein langjähriger Partner. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne bei Holy vorbeischauen. Da gibt es aktuell noch die Adventskalender bzw. den kleinen Adventskalender. Gerne mal ein bisschen gönnen und vor allen Dingen mit dem Code Kevin5. Und KevinITS, habe ich gehört, schmeckt der Holy gleich doppelt so lecker. Weiter im Video. Das ist eine so dumme Gleichstellung, die vor allem so dumm ist, weil du als linker Mensch genau das doch kritisieren solltest. Und zwar dumme Gleichstellungen, die am Ende die Gefährlichkeit einer Gruppe unterminieren. Wenn du alles in einen Topf wirfst und sagst, das sind alles Faschisten, das sind alles Nazis, dann untergräbst du damit die wahre Gefährlichkeit von wahren Faschisten, die es sehr wohl auf dieser Welt gibt. Und es ist sehr wichtig, dass zum Beispiel Leute, auch bei einer Meloni, die du ja auch in deinem Livestream genannt hast, sagst, Meloni ist eine Neofaschistin. Wenn dann, wenn Meloni irgendwas ist, dann ist sie eine Neofaschistin. Das findest du dann ganz lustig. Das ist ja genau das gleiche wie Faschismus. Nein, ist es nicht. Weil wir haben nicht mehr 1933, Pia. Wir haben 2024. Das bedeutet, dass Faschisten sich eben... Lol, warum ist das... Keiner sagt mir, dass das Bild nicht groß ist. ...entwickelt haben, weil wir... Es macht jetzt bei dem Video eh keinen Unterschied, mir ist es einfach nicht aufgefallen, weil sich am Bild hier auch nichts ändert. Ich wunderte mich gerade nur, weil ich hier am Rand irgendwelche Videos sehe. Ernst, die alten 1933-Faschisten, dann kann ich dir Brief und Siegel darauf geben, dass die keinen Blumentopf nirgends mehr gewinnen. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die mit faschistoiden Ideen aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts heute auch noch liebäugeln. Die werden aber wahrscheinlich heutzutage nie wieder eine relevante politische Mehrheit irgendwo erreichen. Warum? Weil den altbackenen Scheißdreck von damals nicht mal mehr der letzte Hinterhof-Nazi hören möchte. Auch die haben sich politisch fortentwickelt. Und mit dem, was du in deinem dummen Livestream die ganze Zeit von dir gibst, machst du nichts anderes. Äh, Onkels Rammstein, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Ähm, ja, damit bist du 933. aktiver Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Wie zu sagen, naja, das sind ja immer noch alles die gleichen Leute. Nein, sind es eben nicht. Das ist auch diese... Dann bedienst du das Hufeisen. Wenn ich noch einmal dieses Wort Extremismus, politischer Extremismus von dir hören muss, dann platzt mir hier wirklich der Kragen. Wirklich diese dumme deutsche Idee vom Hufeisen, von den politischen extremen Rändern, die sich dann in der Mitte wieder treffen. Was für ein dummer, verblödeter Scheißdreck das eigentlich ist. Und du als jemand, der sich ja als linksradikal bezeichnet, sollte doch wissen, dass die Extremismustheorie völliger, unfaktischer Müll ist. Es gibt international keine... Ich verstehe auch nicht, warum sich Shoyoka immer dazu hinreißen lässt, sich da politisch so krass zu positionieren und sich da auch selbst falsch einzustufen. Ja, weil wenn eine Shoyoka zum Beispiel linksradikal ist, dann habe ich oftmals einfach kein gutes Verständnis scheinbar, was links ist. Oder Shoyoka hat nicht das richtige Verständnis. Weil, was da teilweise passiert, was sie teilweise erzählt, das ist ja nachweislich so oft an der Realität vorbei und ich finde, so politisch ungebildete Personen sollten einfach auch am besten gar nichts dazu sagen. Ich zum Beispiel bin jetzt politisch auch nicht perfekt gebildet und deshalb halte ich mich da einfach auch größtenteils raus, vor allen Dingen auch auf Twitch und auf YouTube. Sollte eine Frau Scholz eventuell auch machen, weil sie wird da auch nicht mehr Ahnung haben als ich. Sie versteht da unfassbar viel falsch, sie framet unfassbar viel falsch und mit dieser Reichweite, die sie nun mal leider hat, bewirkt man damit halt auch leider sehr, sehr Negatives. Wenn sie da irgendwen bewegt, eine Ansicht zu vertreten, die aber von Grund auf auf falsche Annahmen quasi aufbaut, das ist schwierig. Deshalb sage ich ja, sie sollte einfach Gaming weitermachen oder sich um irgendwelche Themen kümmern, die nicht so relevant sind vielleicht. ...renommierten Politikwissenschaftler außerhalb des Deutschsprachens... Ja genau, sie ist linksradikal, obviers, aber will jeden Kritiker mundtot machen. Das sind so Sachen, wo ich mich immer frage, was, wofür steht sie jetzt eigentlich? Weil ihr Handeln passt dann oft nicht zu ihren Statements und da ist ja sowieso relativ viel unpassend bei ihr. ...raum ist, die die Extremismus-Theorie als irgendetwas sehen, was real sein könnte. Ich kann politisch nicht extrem sein. Ich kann radikal sein. Aber ich kann nicht extrem sein. Es geht dann auch nur so... Doch, Shiloka ist extrem. Extrem bescheuert. ...weiter. Es geht wirklich... Dieser ganze Stream ist eine Aneinanderreihung von unfaktischem Sch... Höre ich bei jedem Satz raus, dass es einfach nur scheiße ist. Und dass du dich nie, 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 nie mit den Dingen auseinandergesetzt hast, von denen du da redest. Du redest von... Safe, safe. Genau das ist das, was wir immer sagen. Sie setzt sich damit nicht auseinander. ...intersektionalem Feminismus, Pia. Hast du denn eine Ahnung, was intersektionaler Feminismus genau bedeutet? Weißt du, was das neben dem Wort intersektional verbundener Feminismus... ...verstehst du, was das darüber hinaus bedeutet? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt? Ich glaube es nämlich nicht. Denn hättest du das irgendwann mal in deinem Leben getan und dich nicht nur von dem Dave beprabbeln lassen... ...dann wäre dir aufgegangen, dass das, was du da tust, absolut gegen intersektionalen Feminismus spricht. Opfern, zum Beispiel ihr Opfersein abzusprechen, ist meiner Meinung nach und auch der Meinung nach vieler linker Menschen... ...kein Zeichen davon, dass man besonders feministisch ist. Ja, und das ist ja mit das Schlimmste, ne? Weil wenn man bei Shuyoka im Stream schreibt, pass auf, ich bin irgendwie Betroffene von dem, was du da erzählst... ...und ich sehe das aber anders, dann hast du verloren, ja? Sie spricht wirklich anderen Menschen das Opfersein ab. Das hat sie ja zuletzt bei Ellie ganz krass getan. Bei Ellie hat sie sogar nicht nur das Opfersein abgesprochen, sondern hat sie sogar im Stream noch fertig gemacht, ja? Hat sie geframed als irgendwelche, oder als irgendeine Tripbrettfahrerin, die irgendwie Aufmerksamkeit haben wollen würde... Oder von, keine Ahnung, was habe ich zuletzt gelesen? In irgendeiner Fake-E-Mail von einer Fake-Antifa wurde geschrieben, dass Miss NiceForWat oder Ellie von einem Tobias Hochbeauftragt worden sind, um irgendwelche Statements über Shuyoka rauszuhauen, wo du dir einfach nur an den Kopf packen kannst. Da kannst du dir einfach nur an den Kopf packen. Patti, einfach den siebten Monat dabei, Koss. Krasse Aktivistin, müsstest du doch wissen, dass es so eine Art Idee, wie zum Beispiel, dass das Opfer niemals falsch liegt. Dem Opfer ist erstmal grundsätzlich zu glauben. Das sind so Kernwerte. Aber ich hab's schon verstanden, Pia. Wenn das Opfer natürlich dir widerspricht, dann ist es ein Täter. Klar, weil du, Pia, du machst hier aus, was links und was rechts ist. Du machst hier aus, was richtig und was falsch ist. Und es zeigt dann auch dein verdammt dummer Chat. Wirklich, da werden Leute weggekickt, die dir völlig sachlich fundierte Fragen zu deinen absolut dümmlichen Falschaussagen stellen. Die einfach fragen, ja, aber Pia, das ist doch falsch. Das ist doch so und so. Und deine Reaktion, oder viel eher die Reaktion deines Supermods Askarons, wenn wir es doch vom Feminismus haben, Pia. Oder der gute Askaron, der ja den ganzen Tag hier eine transsexuelle Pornodarstellerin labt. Und mir geht's doch, Gott. Ja, ich hab Askaron heute auch wieder im Chat von Shiooka gesehen. Es gibt ja einfach kaum noch kritische Kommentare, weil alles gefiltert wird. Es wird von A bis Z alles gefiltert. Das heißt, wenn ich jetzt was reinschreiben würde, ich wäre ja auch safe gesperrt. Also jeder, der irgendwie kritisch nachfragt oder der irgendwie sagt, pass auf, du liegst da falsch oder die Faktenlage ist eine andere. Man wird ja sofort weggeknallt, ja. Und das nennt man dann einfach eine selbstproduzierte Echokammer. Da hat übrigens hier, ach, wie heißt der jetzt noch gleich? About a Fruit, genau, About a Fruit streamt auch regelmäßig live. Gerne mal ein Shoutout an der Stelle. Der hat da auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass sich Pia da in ihrem Stream eine Echokammer aufgebaut hat. Weil nur noch die Menschen zu Wort kommen, die ihr wirklich zustimmen. Und das kann's ja nicht sein, wenn du selbst so kritikunfähig bist, dass du ganz normale, sachliche Kritik schon nicht mehr annehmen kannst. Hab Pen & Paper noch nie so salty erlebt. Ja, das ist schon, äh, aber man kann's ja auch verstehen. Es geht nicht darum, dass ich ein Problem mit transsexuellen Menschen hab oder mit Menschen, die irgendwie Sexwork in irgendeiner Art betreiben. Sondern mir geht es darum, dass dieser Typ, dieser Typ lebt davon, Dinge zu tun, die nach feministischer Perspektive einfach irgendwie ziemlich uncool sind. Ascaron, bester Mann. Ascaron hat einem Alpha Kevin dazu verholfen, dass er die Aufrufe seines Lebens gemacht hat, ja. Ich glaube, letzten Monat im September war sein absoluter Rekordmonat. Nicht nur, was die Aufrufe angeht, sondern auch, was die Live-Zuschauer angingen bei Twitch. Also Kuss an Ascaron, man muss einfach auch mal Danke sagen, ne. Ich möchte das nochmal wiederholen, weil es ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Schreibt gerne jetzt schon mal Danke Ascaron als Algorithmus-Kommentar rein, weil er hat's einfach mal verdient, ja. Dass man ihn auch nochmal positiv hervorhebt. Kannst mir doch nicht erzählen, dass du dich als krasse Feministin siehst und dann diesen Vollduli in deinem Chat moderieren lässt. Was? Hat er Ascaron gerade als Vollduli bezeichnet? Ich distanziere mich. Ich distanziere mich, Zed. Der Typ labt eine transsexuelle Pornodarstellerin, um Männer finanziell auszunehmen. Das ist auf so vielen Ebenen moralisch völlig fragwürdig. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass die Person transsexuell ist. Es geht nicht darum, dass sie Sexwork macht. Sondern es geht darum, dass diese Männer für eine Leistung auf einer Plattform bezahlen, in der Hoffnung, in der Ansicht, mit dieser Person, die sexuelle Inhalte erstellt, reden zu können und am Ende mit dem dicken Philipp reden. Du willst mir doch nicht erzählen, dass... Ich kann nicht mehr. Geht das jetzt noch 16 Minuten so weiter oder 17? Dass es irgendwie in irgendeiner Version von deiner feministischen Weltansicht noch irgendwie cool sein könnte. Und dann reden wir bei dem Typen ja auch nicht über jemanden, der irgendwie sich normal verhält. Hast du dir mal diese Mails durchgelesen, die der so verbreitet? Also dieses Antifa 161SK. Also ich bin ja bald rückwärts vor Lachen vorm Stuhl gefallen. Also Leute, wenn ihr wirklich glaubt, das glaubt euch irgendjemand, dass eine antifaschistische Orga so einen Dreck verfassen würde und es dann irgendjemandem schickt mit irgendwelchen Beleidigungen und... Ja und das Geilste, also ihr wisst ja inzwischen, nicht nur ich bekomme E-Mails von der Fake-Antifa, sondern auch einen Alpha Kevin, auch einen Tobias Huch, auch einen Jerry Riddle und wie sie alle heißen. Das Geilste ist, ich habe so viele E-Mails schon von dieser vermeintlichen Antifa bekommen. Bruder, es ist keine einzige E-Mail, wirklich, ich schwöre es euch, so wahr ich hier sitze. Keine einzige E-Mail ist fehlerfrei geschrieben. Und damit meine ich nicht nur Rechtschreibung, sondern auch Satzbau, Sinn, Interpunktion. Keine ist richtig. Teilweise kriege ich E-Mails, die sind drei Zeilen lang. Und da sind 15 Fehler drin. Und ich denke mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und ich habe, jetzt werde ich ein bisschen zum Verschwörungstheoretiker, denn immer wenn ich mit Dave Ozzelot, also hier, Dave ist ja Ozzelot, Ozzelot, ne, oder zum Beispiel eine Mepo, eine Diskussion auf Twitter habe, habe ich den Eindruck, die E-Mails könnten da auch irgendwie, also die tun sich da nicht viel, ja, von der Interpunktion. Teilweise machen die auch die gleichen Fehler. Da geht es unter anderem um Komma, das mit zwei S zum Beispiel. Ich möchte hier nichts sagen. Aber auffällig ist es, dass diese Menschen die gleichen Interpunktions- und Rechtschreibfehler machen, wie die Menschen, mit denen ich da auf Twitter diskutiere. Aber gut, nur eine Vermutung. Fehler anstreichen, Mails rückschicken. Ja, ja, nee, das mache ich nicht, aber ich finde es halt auffällig, ja, weil sie schreiben halt auch Kunden wie Holy an und wollen irgendwie ernst genommen werden. Und, äh, ja, ich wirklich, nein, ich möchte, wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich, äh, Legastheniker hier vom Bus werfen möchte, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, ich bin da auch nicht perfekt. Aber wenn du da schon so hochoffizielle Hass-Mails schreibst, dann achte doch bitte drauf, ne, oder schreib wenigstens mal das bei Chat-GPT, lass korrigieren. Äh, ist halt super schwierig. Und, äh, direkt, der da drin steht, allein diese dumme Mail über Alpha Kevin und sein Holy und Stay, da werden so viele, wäre seltsame Aussagen getroffen. Glaubst du wirklich eine richtige Orga-Peer? Als du den, die Order oder, ich weiß ja nicht, wie das bei euch läuft, ich hab ja schon mitbekommen, das ist eine sehr hierarchische Sache, obwohl du ja immer wieder sagst, Hierarchien sind rechts. Ich weiß zwar nicht, warum Hierarchien erstmal an für sich rechts sein sollten oder rechtes Gedankengut irgendwie vorantreiben, Hierarchien sind uralt und Menschen haben sich hierarchisch einsortiert, schon lange, bevor es überhaupt irgendwelche politischen Vorstellungen und Begriffe gab. Und Pia, du wirst es nicht glauben, aber auch in x-tausend Jahren sollte unsere Spezies noch existieren. Selbst wenn unsere Spezies irgendwann eine kommunistische Utopie werden würde oder eine anarchistische Utopie, in der wir alle frei und glücklich und befreit und ohne, ohne Regeln und Hemmnisse und sonst was leben könnten, wird es immer noch Hierarchien geben. Du hast doch auch eine Hierarchie in deinem Chat. Du bist halt die Streamerin, Asgaron und die anderen Dul... Erste, die Könige, Asgaron ist der, der... Nein, wie war das, ähm, ah, wie, hier, ich darf seinen Titel nicht verkacken. Ähm, Copyright Agent. Bitte, Copyright Agent. ...die sind halt die Mods, dann hast du... Nein, Copyright Agent. ...da auf deinem Discord irgendwelche Ränge, was ist das denn? Sind das keine Hierarchien oder wie? Sind das, ist das eine lose Anordnung von Dingen? Kann dann auch irgendwie ein Discord-User genauso deinen Chat moderieren wie Asgaron? Ach, kann er nicht? Ach so, weil Asgaron hierarchisch über dieser Person steht. Also merkst du eigentlich noch, was du, was du für einen dummen Scheiß-Dreck von dir gibst? Wirklich, ich, ich, ich brech hier ab. Wirklich, ich brech hier wirklich ab. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so viel dummen Scheiß ins Internet plärrt. Und ich mein damit nicht mal dummen Scheiß, der irgendwie belanglos oder vielleicht sogar noch witzig wäre, sondern wirklich dumm, unfaktisch und gefährlichen Scheiß-Dreck über extrem wichtige Themen. Ja, das ist einfach ein Point. Das ist wirklich ein Point. Sie kann ja von mir aus den ganzen Tag Scheiße labern. Ist ja auch okay. Aber sie darf dabei weder irgendwen anderes diffamieren, das macht sie aber dann trotzdem den ganzen Tag. Und sie sollte das halt nicht bei politischen Themen machen und nicht bei gesellschaftlich relevanten Themen. Aber sie tritt ja wirklich nur in Fettnäpfchen, ja. Man müsste eigentlich davon ausgehen, dass ihr ganzer Boden voller Fettnäpfchen wäre. Jedes Mal, egal welchen Stream du dir anschaust, es ist peinlich, wirklich. Und Stream einfach Gaming und gut ist, dann wirst du deinem Titel der Gamerin des Jahres oder Deutschlands, ja weiß ich nicht, beste Gamerin da gerecht. Über extrem politisierte Themen. Und deswegen bin ich der großen Überzeugung, liebe Pia, dass mir die ganze Diskussion um dich, was dir passiert, was die anderen tun, wir sollten die komplett entpolitisieren. Pia, du bist weder Opfer eines politischen Umstandes, also du kannst dich vielleicht noch lange in deinem Stübchen, da in deinem Kämmerchen bei Dave als die Anne Frank der Twitch-Gemeinde betrachten. Kann ich es nochmal bitte haben? In deinem Stübchen, da in deinem Kämmerchen bei Dave als die Anne Frank der Twitch-Gemeinde betrachten. Aber das ist halt nicht so. Du bist auch keine Aktivistin. Sich fünfmal die Woche vier Stunden vor ne Kamera zu hocken und unpolitischen, unfaktischen Scheiß von sich zu geben, während man irgendwie zwei Liter Cola hinter sich die Binde gießt, das gute alte Gewerkschafterblut. Und da kommen wir dann nämlich wieder mal zu so Themen der Seriösität und wie passt das eigentlich zusammen? Das macht dich nicht zur Aktivistin, das macht dich zu dem, was du bist. Und zwar eine Influencerin, eine kapitalorientierte Influencerin auf der Plattform eines kapitalorientierten US-Unternehmens, welches im Grunde super problematisch ist. Aus einer linken Perspektive, Pia, dürftest du Twitch gar nicht verwenden, dürftest du Twitter gar nicht verwenden. Ich mach diesen ganzen dummen Maskenscheißdreck und mit irgendwelchen Dullis im Internet. Naja gut, aber Shuyoka macht sich halt die Welt auch so, wie sie es braucht oder so, wie es ihr gefällt. Also Fakten jucken sie da nicht. Das ist ihr völlig egal. Internet, ich mach das jetzt wirklich schon Ewigkeiten. Bestimmt bald 15 Jahre. Ich hab mich mit Rainer lang auseinandergesetzt. Ich hab mich mit Masken in den USA lange auseinandergesetzt. Ich hab mich sogar mit Politmasken in den USA auseinandergesetzt. Selbst Ethan Klein. Ethan Klein, ja. Das ist eine Type, die haut teilweise genauso. Oder Hasan Piker. Die hauen beide teilweise völlig outländisch Claims in die Kamera. Aber weißt du was der große Unterschied zwischen dir, Pia, einem Hasan Piker oder Ethan Klein ist? Wenn die beiden nämlich in der Debatte sind mit jemandem, der sie kritisiert, dann merkt man, ah, die reden zwar seltsames Zeug, aber die haben sich politisch tatsächlich irgendwo mal gebildet. Die haben sich den Krams, den sie da in ihrer Kamera von sich geben, tatsächlich irgendwann mal zu Gemüte geführt und haben dann halt ihre eigenen Schlussfolgerungen draus geschlossen. Die kann man dann gut finden, die kann man dann schlecht finden, die kann man scheiße finden, die kann man total Ehre finden. Aber man kann beiden nicht vorwerfen, dass sie sich politisch nicht mit dem auseinandergesetzt haben, über das sie reden. Wie seriös das dann im Hintergrund ist, darüber brauchen wir nicht reden. Jemand, der dann im Tesla durch die Innenstadt von Los Angeles kutschiert, aber dann wieder den großen Sozialisten in seinem Stream gibt, das ist nicht wirklich, das passt nicht zusammen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber selbst die beiden bringen mich nicht so auf die Palme wie du, Pia, weil die beiden weniger dumme Scheiße wie du reden. Ich bin wirklich... Ja, und ich wiederhole das auch nochmal, ich fände es eher sinnvoll, wenn Twitch mal einer Shuyoka den Saft abdreht, einfach weil man da ja begründen kann, dass sie in jedem Stream Fake News verbreitet und irgendwelchen Schwurblern eine Bühne bietet. Ja, von daher fände ich es gar nicht mal so verkehrt, wenn man eine, ja, Pia Scholz mal hier die Plattform, das meine ich ganz ehrlich, weil sie spuckt nicht nur Betroffenen von irgendwelchen sexuellen Übergriffen permanent ins Gesicht, sie verbreitet Unwahrheiten nicht nur auf Politikebene, auch über andere Influencer und so weiter. Weil, also, diese Streams von ihr sind ja wirklich pure Scheiße. Inhaltlich gesehen wirklich pure Scheiße. Und die sind relativ häufig strafrechtlich relevant, wie ich finde. Weil du kannst doch nicht den ganzen Tag dich vor eine Kamera setzen mit der Reichweite und ungebildeten Scheiß von dir geben. Ich würde das hier genauso unterschreiben, wie er es gesagt hat. Ich bin auch wirklich schockiert darüber. Ja, Pen & Paper rastet aus, aber Pen & Paper hat auch recht. Ich weiß nicht, wie die Wiener Zeitung jemals zu der komischen Idee gekommen ist, dir überhaupt irgendeine journalistische Stelle zu geben. Ich habe hier beide Artikel durchgelesen von mir. Die sind beide wirklich mediocre bis schlecht. Die sind wirklich nicht gut, isst vegan rechts. Allein der Titel, da steckt nichts dahinter. Ich bin wirklich schockiert. In vier Stunden Stream, Pia, reißt du so viel Scheiße ab, wie kein anderer Mensch auf dieser dummen Streaming-Plattform. Wirklich, kein Idiot auf dieser Plattform redet so viel unfaktischen, falschen Scheiß wie du. Und ich frage mich wirklich, wo soll das denn hinführen? Willst du denn am Ende immer, wenn jemand sagt, Pia, das ist falsch? Aber das ist ja genau die Frage, die ich mir immer und immer wieder stelle. Weil ich finde schon, gerade in diesem Jahr ist es unfassbar eskaliert, also was die Frau allein dieses Jahr vom Stapel gelassen hat. Welche Gerichtsfights sie sich gegeben hat. Wie viele Unwahrheiten sie verbreitet hat. Wen sie alles als Mysogyn bezeichnet hat. Wem sie alles vorgeworfen hat, jetzt beim Kugel-TV zum Beispiel ein schlechter Vater auch zu sein. Ey, unfassbar. Das müsste einer mal tabellarisch aufarbeiten, was dieses Jahr alles passiert ist. Gon-Gon, Grüße. Da ist ja wieder so ein Mysogyner. Ich würde sagen, ja, der gehört ja auch zur rechten Meinungskultur. Das ist auch, ja, das ist eine Person, die gehört der rechten Gesinnungs-Bubble an. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Meinung kann jeder haben. Das ist ja auch, wir haben gerade über das Gerichtsurteil gesprochen, wo Shuyoka mit Skoros vor Gericht war. Sie darf ja zum Beispiel ihre Meinung sagen, ja, sie hat sich belästigt gefühlt, jetzt als Beispiel. Sie kann auch ihre politische Meinung, die Meinung kann sie immer sagen, ist kein Problem. Aber sie stellt halt die Fakten verdreht dar. Und sie hat keine politische Bildung. Und menschlich gesehen ist sie auch nicht besonders on point. Das sind alles die Sachen, die man ihr vorwirft. Ansonsten, jeder kann, ja, seine Meinung frei äußern, ist doch in Ordnung. Wie lange willst du das betreiben? Willst du dann zu jedem, der dich kritisiert, sagen, ja, das ist halt ein Nazi? Punkt. Macht sie ja schon. Godwin's Law, seine Mutter, Mann. Wirklich, das ist wirklich, du bist wirklich Godwin's Law als Person. Und wer jetzt Godwin's Law nicht kennt, googelt es kurz, dann wisst ihr, um was es geht. Ich bin der Überzeugung, Pia, wenn es eine Personifikation von diesem Begriff gibt, dann bist du es. Alles ist am Ende irgendwie Nazi. Alles, was dir nicht passt und was nicht deinem Gusto entspricht. Tobias Huch schreibt bestimmt in zwei Jahren in Doktorarbeit über Shoyoka. Ja, es kann passieren, ja. Ich glaube auch. Und was dich vor allem kritisiert, ist Nazi. Pia, das ist wirklich so schrecklich falsch und so schrecklich dumm, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu noch sagen soll. Du bist keine Aktivistin, du bist keine Feministin und du bist auch ganz, 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 ganz sicher eins nicht. Und zwar linksradikal. Und es ist mir egal, wie lange du das noch in deinem Stream immer wieder literally von... Literally. Wie sagt sie das immer? Ich kann es gar nicht so aussprechen wie sie. Dir gibt es wie linksrad... Literally oder so, ne? ...radikal du bist und dann mit deinen catchy, ich bin 16 Jahre alt, bildet Banden, macht sie platt, Schwachsinn um die Ecke schmeißt. Das sind Catchphrases, Mann. Die stehen auf Stickern, da haben die auch einen guten Platz oder auf Plakaten oder auf einem T-Shirt. Aber das sagt doch kein normaler Mensch, Mann. Welcher erwachsene Mensch hockt sich in einer politischen Diskussion hin und schmeißt mit irgendwelchen völlig übertriebenen Phrasen um sich? Bildet Banden, macht sie platt. Da geht es auch nicht darum, was du jetzt schon wieder in deinem Stream damit andeuten wolltest. Es ist leider so viel Wahrheit in diesem Video, ne? Ich fühle das gerade zu 100%. Das ist wirklich eine Aneinanderreihung verschiedenster Fachbegriffe, ja? Das wirkt dann in Kombination, wirkt es immer relativ gebildet. Wenn man drüber nachdenkt, merkt man relativ schnell, dass da aber wenig Inhalt drin ist in dem, was sie sagt. Das ist so geil. Ich fühle es gerade, ich fühle es. Da geht es darum, dass linke Gemeinschaften sich finden sollen, dass linke Gemeinschaften zusammenarbeiten sollen und dass linke Gemeinschaften versuchen sollen, wenn negative Narrative um sie entstehen, gegen diese zu kämpfen. Das, was reale linke Orgas auf dieser Welt wirklich tun. Leute, die in autonomen Zentren sind, Leute, die in irgendwelchen offenen antifaschistischen Treffen oder Gruppen sich befinden, die machen wirklich was. Das kann man dann als Einzelpersonen scheiße finden und was auch immer, ist mir egal an dieser Stelle. Aber die tun was, Pia. Die gehen regelmäßig auf die Straße, die machen regelmäßig Aktionen, die machen regelmäßig Vorträge, die machen mal einen Filmabend, die machen offene Gesprächsrunden, die machen Lesekreise, die bilden sich fort. Ich glaube nicht, dass du jemals in deinem Leben wirklich, ich bin überzeugt, dich fortgebildet hast. Zeug davon, Pia, dass du noch nie in deinem Leben, wirklich noch nie ein autonomes Zentrum betreten hast. Wirklich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich gebe dir eins, und zwar auch wieder Brief und Siegel darauf. Solltest du jemals ein autonomes Zentrum betreten, dann bist du die erste Person mit Dave zusammen, die vor die Tür gesetzt wird. Weil alles, was in deiner Vita so abgegangen ist, ist einfach nicht links. Speakerin für TikTok sein ist nicht links. So geil, ne? Oh mein Gott. Der hat sich mit ihr aber auch übel auseinandergesetzt, ne? Der ist da wirklich, der weiß auch, dass sie mal Speakerin bei TikTok war und so weiter. Das ist, was macht der Mensch sonst beruflich, frage ich mich. Wenn er so lange auch bei Drachenlord zu Gange war, irgendwie jahrelang zu ihm Videos gemacht hat und jetzt auch so bei Pia, also bei Shuyoka im Thema ist, da kann man doch auch kein glücklicher Mensch sein, oder? Wenn man sich mit der Thematik 24-7 beschäftigt, um Gottes Willen. Linksverdammt nochmal. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, oh ja, das sind die, wie hat's denn dein guter Askaron in seinem Pamphlet da, in seinem neuen Seitenpamphlet genannt, die Überlinken mit ihren idealisierten Vorstellungen. Ach so, die Überlinken mit ihren idealisierten Vorstellungen, die sind dann auch problematisch. Die gehören dann auch weggebannt. Also, in diesem dummen Pamphlet auch von diesem Askaron, da steht so viel problematischer Scheißdreck drin. Da könnte ich gerade das nächste Fass aufmachen. Geh mal zu den Überlinken. Ich sag dir eins, die werden dir eins erklären. Hey Pia, dass man arbeiten muss, das lässt sich nicht ausschließen. Dass man in dem System lebt, in dem man lebt, das lässt sich nicht ausschließen. Dass der Kapitalismus überall um uns herum ist, das lässt sich leider nicht erstmal behindern oder beenden. Das ist einfach so. Aber ich hab als Mensch sehr wohl die... Ich muss auch übrigens mal meine Videoproduktion überdenken. Also, wenn es so einfach sein kann, dann setz ich demnächst auch nur ein Avatar von mir in der Ecke und dann so ein Greenscreen und lass einfach irgendwie, ja, irgendwas laufen. Irgendwas, was damit nichts zu tun hat. Einfach laufen lassen. Es würde meine Videos und mein Vielfaches einfacher machen, glaube ich. Und da könnte ich mehr Videos rausballern. Meine Exposed-Videos demnächst nur mit einem Avatar oder so. Oder, oh, das muss ich euch jetzt einmal in der Reaction zeigen, wer es noch nicht gesehen hat. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie süß ist der? Wie süß ist der? Lass ich den einfach demnächst vor die Kamera einfach da stehen und rede einfach nur ins Mikrofon. Da würde ich, da würde ich mir Zeit sparen. Bruder, da würde ich mir Zeit sparen. ...Wahl, wie ich mich im kapitalistischen System bewege. Und das gilt für dich, das gilt für Dave, das gilt für Ascaron und wahrscheinlich noch etliche andere in deinem komischen, seltsamen, völlig irren Umfeld. Also wirklich, Pia, niemand hat dich dazu gezwungen, für TikTok auf die Bühne zu gehen. Wollen wir mal einen Fass darüber aufmachen, was TikTok für ein Unternehmen ist? Für was TikTok steht? Das gleiche für ein Ascaron. Niemand hat Ascaron dazu gezwungen. Der, der Nachrichten-Bot, das muss man sich mal überlegen. Ascaron macht was, was normalerweise eine fucking AI macht, man. Der Typ ist so unfähig, dass er was macht, was normalerweise ein Computer macht. Und zwar mit irgendwelchen Typen auf Sex-Plattformen zu schreiben. Willst du mir wirklich erzählen, dass Ascaron keine andere Wahl in seinem Leben hatte? Dave genau das gleiche. Ja, ich verstehe es. Level-Designer, Game-Designer, mega kacke, wenige Berufsaussichten. Alles cool. Haben viele Leute unter mein letztes Video geschrieben. Hab ich völlig das Verständnis für, wenn man sagt, hey, mein Job gibt nicht viele Stellen her. Ich muss nehmen, was ich bekomme. Ganz klar. Ja, ich verstehe, auf welchen Zug er aufspringen möchte. Die haben vermutlich selbst, also Dave und Ascaron, selbst kein ausgeglichenes Leben und die suchen, glaube ich, in einer Shuyoka ihre Aufgabe fürs Leben. Ich glaube, das wird sein. Die hinterfragen ja auch gar nichts mehr. Wie so zwei Schoßhündchen befolgen die jedem Befehl und Abfahrt. Gandalf, Engelchen, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Kuss geht raus, zweiter Monat. Klar. Aber mir kann doch niemand erzählen, dass Dave sich jeden... Wie nennt sich Ascarons Berufsbezeichnung? Das ist, äh, du weißt es doch, hier, äh, Copyright Agent, das ist seine Berufsbezeichnung. ... den Tag mit vollem Brustton hinstellen kann und sagen kann, ja, der ist ein dreckiger Kapitalist, Wohlstand ist ein rechter Dog Whistle, bla 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 bla. Und dann schafft der Typ in zweiter Linie für fucking EA, Mann, für fucking Electronic Arts, willst du mich eigentlich komplett rollen in deiner Oberschichtenbutze in Spandau. Das ist ja, das setzt ja allem noch mehr die Krone auf. Dann nimmst du irgendwelchen eingesessenen Berlinern auch noch die Butze weg, weil du im high fancy schmancy Ort Berlin leben möchtest mit den ganzen anderen coolen Spandauer Streamern, die dich ja alle hassen mittlerweile. Also, falls ihr bis hierhin geguckt habt, gerne schon mal als Algo-Kommentar, ähm, wie hat das, hä, nee, was hat er gesagt? Scheiße, ich hab's, ich krieg's selbst nicht mehr hin. Moment. Fancy Schmelzi oder so? Putze weg, weil du im high fancy schmancy... High fancy schmancy. Jetzt schon mal als Algo-Kommentar in die Kommentare. Oh, Berlin leben möchtest mit den ganzen anderen coolen Spandauer Streamern, die dich ja alle hassen mittlerweile. Das ist ja das Nächste. Diese, diese dumme Scheiße auch mit Rezo. Ja, einerseits, das sind ja alles Nazis, mit denen kann man nicht reden. Rezo befördert rechte Narrative, aber dass Rezo nicht mit dir reden wollte, das ist natürlich dann Scheiße von ihm. Das ist natürlich mega uncool. Weil Rezo witzigerweise schon vor eurem Gespräch nach deiner eigenen Aussage genau das festgestellt hat, was wahrscheinlich passiert wäre. Und zwar, dass private Gespräche mit dir nicht privat bleiben. Und es zeigt ja dann auch deinen Umgang mit deinem Ex-Freund. Also ist ja scheißegal erst mal. Vielleicht war der Typ's mega Arschloch. Ich kenn... Ja, wir wissen's, ne? Rezo sowieso ultra, ultra schwieriger Creator, ne? Wir wissen ja alle. Muss man auf jeden Fall kritisch sehen. Ich weiß auch nicht, wann Shuyoka da entschieden hat, dass sie gegen einen Rezo schießen möchte. War nochmal der Grund, dass Rezo auf einen Kuchen-TV-Video reagiert hat? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das war tatsächlich der Grund. Na, ist auf jeden Fall auch high fancy schmancy. Kalle nicht. Ich hab Kalle nie wirklich geguckt. Ich hab mich nie mit dem auseinandergesetzt. Vielleicht ist es der mega blöde B***er. Lass es mal so sein. Aber Shuyoka, eins ist halt auch ein Fakt. Solche Dinge in der Art und Weise in der Öffentlichkeit auszutragen, das gehört nicht zum guten Stil. Und solange diese Person nichts getan hat, was eklatant, schändlich oder bösartig oder bekämpfenswert aus einer linken Perspektive ist, steht sie auch nicht zu, sich dauernd über deinen Ex-Partner lustig zu machen. Ja, mein Gott, dann habt ihr mit eurer F***er-Renovation euch irgendwie in die Haare bekommen. Wen interessiert das denn? Was tut es denn zur Sache? Also irgendwann, also dieser ganze Stream, wirklich dieser ganze verf***te Stream von dir. Und der geht, glaube ich, immer noch. Ich muss jetzt hier gerade mal mein Handy zur Hand nehmen. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Ein Podcast zusammenverpackt. Er hat das einfach, er hat sie einfach gerantet, während sie noch live ist. Oh Gott. 5 Stunden 10 und wir reden über fucking Joan K. Rowling und Hogwarts Legacy. Ja, der hat einfach den Stream aufgezeichnet oder so und hat es nebenbei gelaufen. Alter Schwede. Wer guckt sich denn? Gibt es jemanden von euch, der es schafft, einen Shuyoka-Stream fünf Stunden lang von Anfang bis Ende zu verfolgen? Also wenn man das schafft, dann ist man am Ende des Streams wahrscheinlich reif für einen Psychiater, ohne Scheiß. und was man daraus gelernt hat. Ja, Pia, du hast wahrscheinlich nichts daraus gelernt. Gar nichts. Du hast einfach Gamergate 2.0 erfunden. Badumts. Wirklich, wirklich. Ich meine gut, das Schöne ist ja, dass alles, und das werden wir im kommenden Video mal auseinandernehmen, darauf hindeutet, dass deine Watch-Zahlen, deine Viewer-Zahlen, deine Subs, deine Aufmerksamkeit, dein Engagement, das ist alles die Kleining. Die Leute haben immer weniger Bock auf diesen dummen Scheiß-Dreck, den du da ins Netz lädst. Und ich bin wirklich gottfroh drum. Und ich bin wirklich gottfroh drum, wenn der Tag kommt, an dem du selbst an dem Morgen vielleicht mal aufwachst und einsiehst, dass alles, was du da in diesem letzten Jahr, in diesem Jahr 2024 und von mir aus noch Teile des Jahres 2023 und vielleicht auch noch davor, was du da getan hast, dass das einfach nur ein krisengroßer Haufen Scheiße ist. Ja, würde ich so unterschreiben. Die Frage ist ja, kann das auf ewig so weitergehen? Also ich frage mich ja immer, wann kommt der Punkt, wo die Menschen merken, dass eine Schuyoka wirklich nur aus Hass und Hetze besteht? Also sowas ist ja auch nur bedingt interessant für Zuschauer. Wisst ihr, was ich meine? Weil irgendwann, guck mal, sie hat jetzt auch einen Rezo angegriffen, einen Gronkh angegriffen. Sie hat ja wirklich jeden großen Creator angegriffen. Dann haben sie zuletzt versucht, andere Meinungsblogger zu die Plattformen, in denen sie Strikes raushauen, in denen sie hier mit DMCA Streamer offline nehmen und so weiter. Irgendwann ist doch mal der Punkt gekommen, wo sie vermutlich nicht, also sie wird ja jetzt schon nicht ernst genommen, aber wo dann die Zuschauer vielleicht auch mal genug von ihr haben, oder? Ich glaube nicht, dass das für immer so weitergeht. Ich glaube, das ganze Jahr wird sie noch durchziehen, dann nächstes Jahr vielleicht noch, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Und ich glaube, ihr Gaming-Content ist halt nicht interessant genug, als dass die Leute nur deshalb einschalten würden. Ich habe immer das Gefühl, dass die Zeit von einer Shuyoka irgendwie dem Ende zugeht. Nicht, dass ich mir wünschen würde, also auf gar keinen Fall, weil ich habe ja auch Content, muss man ehrlich sagen, aber es kann ja nicht ewig so weitergehen. Sie wiederholt sich aber auch seit Monaten. Es sind immer die gleichen Anschuldigungen. Wir reden schon seit, keine Ahnung wie vielen Monaten, über J.K. Rowling, Transfeindlichkeit und so weiter. Es sind ja immer die gleichen Themen. Hier kommt ja nichts Neues dazu. Dieses dumme... Außer, dass sie jetzt das Jugendamt irgendwie auf KuchenTV gehetzt hat, ist auch nochmal eine andere Geschichte. ... Gelaber. Ich mache seit zehn Jahren Politik. Ich bin seit zehn Jahren die Aushängefigur für linken Aktivismus auf Twitch. Pia, du hast noch vor ein paar Jahren Witze über behinderte Menschen gemacht. Du hast vor ein paar Jahren noch Witze über Frauen im Burkhast gemacht. Du hast vor ein paar Jahren noch Witze über Migranten gemacht. Indem du sie nachgeäfft hast. Indem du ihre Tonalität nachgestellt hast. Ja, den Clip kenne ich. Der ist auch übel. Willst du mich eigentlich verarschen und dann hockst du dich mit dieser dummen Gefälligkeit in deinen verblödeten Streams, wo eh nur irgendwelche Ja-Sager drinne hocken oder Leute, die sie halt nur einseitig informieren und bist so, ja, ich mache ja seit zehn Jahren seriösen Aktivismus. Meine Standpunkte haben sich nur marginal radikalisiert. Nee, deine Standpunkte sind gewechselt von... Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Politik. Ich habe es gendern wegen Hand of Blood angefangen. Ich habe mich dann in der Spandauer linken Szene ein bisschen rumgetrieben, die ja auch nicht die Spandauer linke Szene ist, sondern es sind halt irgendwelche linken Streamer, die in Spandau wohnen. Dann bist du zur Politik gekommen. Das war der Anfang. Das gab weder davor eine mega krasse, feministische, linksaktivistische Pia und es gibt sie auch nicht heute. So. Und bevor ich... Ich betone noch mal, am Anfang des Videos hat er einfach nur gesagt, es gibt hier ein kurzes, spontanes Video, ja. 30 Minuten, Shuyoka einmal komplett zerstört. Wenn ich jetzt wahrscheinlich wirklich noch einen Herzkasper kriege oder wenn mir die Halsschlagader platzt oder ich hier anfange, mein Schreibtischbrett zu fressen, beenden wir doch diesen tatsächlich relativ langen Rant. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es lag mir einfach auf der Seele und wir gehen Ende der Woche hoffentlich voraussichtlich, nachdem ich mich ein, zwei Tage relativ gut beruhigt habe, noch mal genauer darauf ein. Noch mal genauer? Hat er jetzt gesagt, er geht noch mal genauer darauf ein? Sag mal. Warum es auch sehr ersichtlich ist, dass Pias Konzept und das, was sie aktuell tut, eine absolute Nullnummer ist und am Ende nur dazu führen wird, dass Pia sich wieder in irgendeinen Stream hocken wird, in dem sie sich drei Stunden durch die Gegend rantet und erzählen wird, dass die ganze Welt ein böser, mieser Ort ist und dass alle Leute scheiße sind. Dass sie das größte Opfer ist, ja, ja. Dass alle Leute Faschisten sind und dass alle Leute ja nur rechte Narrative betonen. Ja. Genau. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ja, das war ein gutes Video tatsächlich. Wie gesagt, ich habe ja beim letzten Mal versucht, ihn so ein bisschen zu meiden, weil er da auch ganz komische Ansichten vertreten hat. Das Video kann ich empfehlen. Like ist da und dann lasse ich auch mal ein Abo da, weil das Video war wirklich stabil. Ich fand es wichtig, auch schon im Video davor, als wir auf Miss Nice Forward reagiert haben, dass man die ganzen Themen auch mal nüchtern, sachlich und faktenbasiert einschätzt, damit man Shuyoka ein bisschen mal ihre Grenzen weist. Ich weiß nicht, ob eine Shuyoka sich das annimmt, wahrscheinlich sowieso nicht. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Lasst als Algorithmus-Kommentar gerne. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, Freunde. Ihr werdet es hoffentlich noch wissen. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Finde ich es noch irgendwo im Chat? Irgendwie fancy schmancy oder so. Highly fancy schmancy. Irgendwie sowas. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Bis dann und tschö.